Im Übrigen muss entgegen der propagandistischen Hetze von rechts festgehalten werden, dass das Deutsche Reich trotz der ihm auferlegten Lasten ein hochindustrialisiertes und zugleich das bevölkerungsreichste Land Europas blieb und dass ein Wiederaufstieg in den Kreis der Großmächte überdies keineswegs ausgeschlossen war. Der Feind steht rechts. Der Feindgang Kapp und der General Freiherr von Lütwitz sahen die Stunde gekommen, die Republik zu stürzen und eine Diktatur zu errichten. Kapp war schon in der Deutschen Vaterlandspartei aktiv gewesen, einer im Krieg ins Leben gerufenen Sammlungsbewegung radikaler Antisemiten, die Stimmung für den Siegfrieden machen sollten und sich mit aller Macht gegen demokratische Veränderungen stemmten. Doch die Verschwörer verrechneten sich. Zwar rückten Freikortruppen die Brigade Erhard am 13. März 1920 in Berlin ein, doch der selbsternannte Kanzler Kapp blieb ein König ohne Land. Die rechtmäßige Regierung, einschließlich des Reichspräsidenten Ebert, wich zunächst nach Dresden, dann nach Stuttgart aus und rief gemeinsam mit den Gewerkschaften im Reich zum Generalstreik auf. Und der wurde massenhaft befolgt. Arbeiter, Angestellte und Beamte leisteten passiven Widerstand gegen die Putschisten und legten weite Teile des öffentlichen Lebens lahm. Nach wenigen Tagen waren Kapp und seine Helfer mit ihrem Latein am Ende und gaben auf. Viel Grund zur Freude hatten die Verteidiger der Republik indes nicht. Erstens ging der Streik im Ruhrgebiet in einen von der KPD unterstützten bewaffneten Arbeiteraufstand über, den mit äußerster Gewalt auch Verbände niederschlugen, die eben noch an der Seite des Verschwörers Kapp marschiert waren. Noch mehr beunruhigen aber musste, dass die Reichswehr nicht bereit gewesen war, die Regierung zu schützen.